hier haben wir heute eine fermerdienung für garagentoröffner oder für welchen zweck auch immer auf jeden fall die funktioniert nicht mehr die ursache ist hier relativ klar ersichtlich und zwar haben wir hier diesen quarts der die frequenz produziert mit dem der sender hier sozusagen sendet der ist abgebrochen da fehlt ein beinchen von daher wenn man das jetzt mal wieder anlöten bzw werden ein neues anlöten und dann schauen wir mal ob wir das teil wieder zum senden bekommen also hier steckt der quarts normalerweise drin da wird er reingesteckt ich werde jetzt denke ich mal da einfach hingehen und werde diese halterung hier entfernen und den fest auf der platine verlöten weil das ist ja im prinzip nur für den anwendungszweck dass man hier einen anderen quarts für eine andere frequenz einsetzen möchte keine ahnung vielleicht 433 oder sowas also megahertz das ist jetzt hier einer der auf 26 9 5 sendet und den müssen wir jetzt hier einmal den müssen wir hier gerade sein zweites beinchen wieder geben dazu werde ich mir jetzt hier einfach so einen widerstand den ich hier rumfliegen habe ich brauche ja im prinzip nur den teil hier den knipse ich mir am ende ab den werde ich mir jetzt hier gerade einmal fix verzinnen anlöten einstecken abknipsen und dann schauen wir mal ob es funktioniert also jetzt wirklich keine hochtechnische angelegenheit also hier an also ein also so es Vielen Dank. So, Quartz ist wieder drauf. Wir testen hier mal, ob das auch ankommt, was wir uns jetzt hier vorstellen. Jawohl, 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 jawohl. Also wir haben die Frequenz passt, die ausgegeben wird. Und damit sollte die Sache eigentlich erledigt sein. Jo, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was wir dann haben. Bis zum nächsten Mal.